Und in Berlin begrüße ich jetzt den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Guten Abend, Herr Schuster. Guten Abend, Frau Miosga. Herr Schuster, was hat Sie dazu bewogen, davor zu warnen, die Kippa in bestimmten muslimischen Vierteln zu tragen? Konkret war es, oder was hat mich bewogen? Konkret war es eine journalistische Frage, auf die ich, und das entspricht meiner Überzeugung, geantwortet habe, dass es Bereiche gibt, insbesondere in Großstädten, in denen ich es für nicht ungefährlich halte, wenn sich jüdische Menschen durch das Tragen einer Kippa als solche zu erkennen geben. Gibt es denn viele solcher Viertel? Es gibt einige Viertel. Ich glaube, das Wort viele würde das Ganze jetzt doch etwas zur Übertreibung bringen. Auch Äußerungen, wie ich heute gehört habe. Ich habe gesagt, dass ich Juden gewarnt habe, eine Kippa zu tragen. Das stimmt natürlich nicht. Es bezieht sich auf einzelne, umschriebene Bereiche, wie wir sie allerdings in verschiedenen Großstädten sehen. Dennoch liegt vielleicht in Ihrer Warnung eine mögliche Gefahr. Wenn Sie jetzt Juden davor warnen, Viertel mit hohem muslimischen Anteil mit Kippa zu betreten, also zugespitzt, Juden vor Muslimen warnen, sorgen Sie damit nicht dafür, dass Muslime sich von Ihnen angegriffen und stigmatisiert fühlen? Wenn es so herüberkam, dann war das alles andere wie meine Überlegung oder mein Sinn. Es geht mir, und das ist klar, nicht darum zu sagen, die Muslime genauso wenig, wie ich es gerne höre, wenn man von den Juden spricht. Aber in den Stadtvierteln mit einem hohen Migrationshintergrund, da fällt es auf und da geschieht es leider auch, dass Menschen nur, weil sie als Juden erkennbar sind, angegriffen wurden, aber auch werden. Viele jüdische Jugendliche, auch die in unserem Film zu Wort kommen, sagen, dass es nichts bringt, wenn die Juden auf die Moslems mit dem Finger zeigen und umgekehrt. Sie wünschen sich nicht die alte No-Go-Area-Diskussion, sondern einen Dialog mit den Muslimen. Was muss denn aus Ihrer Sicht getan werden, um dieser Entwicklung Einheit zu gebieten? Ich denke, das A und O ist, dass innerhalb der Moscheegemeinden in der Arbeit mit jungen Erwachsenen, in der Arbeit mit Jugendlichen das Thema Antisemitismus, das Thema Juden, Judenfeindschaft sehr offensiv angegangen wird und hier auch entsprechend gegengearbeitet wird. Wie? Ich denke, Aufklärung ist das A und O und vor allen Dingen auch diese etwas kuren Themen, die es immer wieder über Juden gibt, die Thesen auch hier klar in das Reich der Fabel zu verweisen. Herr Schuster, nach den Anschlägen von Paris und Kopenhagen hat Israels Ministerpräsident Netanjahu die Juden in Europa dazu aufgerufen, nach Israel auszuwandern. Gibt es viele deutsche Juden, die tatsächlich darüber nachdenken? Ich habe das Gefühl, dass es bislang nicht viele Juden gibt, die aus diesen Gründen überlegen, nach Israel auszuwandern. Es gibt Juden, die aus religiöser Motivation nach Israel auswandern. Aber ich hoffe auch, dass es so bleibt. Und ich hoffe auch, dass der Zentralrat der Juden niemals in die Situation kommen muss und wird, jüdische Menschen in Deutschland dazu aufzurufen, das Land zu verlassen. Und Sie arbeiten ja dafür, dass sich die Juden in Deutschland zu Hause fühlen. Und wenn dann der israelische Ministerpräsident aus der Ferne zur Auswanderung fordert, hat Sie das nicht auch ein bisschen geärgert? Es hat mich sicherlich nicht mit großer Freude erfüllt. Es hat mich vielleicht auch ein bisschen geärgert. Aber letztendlich darf man auch auf der anderen Seite etwas nicht vergessen. Israel ist die Heimstatt der Juden. Und wenn es Israel in den 30er Jahren gegeben hätte, dann wäre das eine Lebensversicherung für viele Juden gewesen. So ist es heute eine Lebensversicherung für Juden in der ganzen Welt, auch in Deutschland. Und dass es unter dem Aspekt eine hohe Affinität zu Israel gibt, das kann nicht verwundern. Herr Schusser, ich erinnere mich noch, als Sie angetreten sind, da hatten Sie den ausgesprochenen Willen, die positiven, die fröhlichen Seiten des Judentums hervorheben zu wollen. Ist es jetzt auch ein bisschen ernüchternd, dass Sie jetzt doch als Mahner auftreten müssen? Na ja, so ganz ernüchternd ist es nicht, denn so viel Utopie habe ich mir nicht hingegeben, dass ich der festen Überzeugung war, dass ich nicht als Mahner auftreten muss. Dass es mit dieser Wucht und dieser Heftigkeit kommt, ja, damit habe ich nicht gerechnet. Aber gerade wenn ich an das letzte Wochenende denke, wo wir mit der Judo-Vision einen großen Musikwettbewerb für jüdische Jugendliche in Deutschland mit mehr wie tausend Teilnehmern erlebt haben, wenn ich an den heutigen Abend denke, wo wir den Jugendkongress mit mehr als 400 Teilnehmern jüdischen jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35 Jahren eröffnet haben, dann sind das die positiven Dinge, über die ich eben auch sehr gerne berichte. Vielen Dank für das Gespräch, Josef Schuster. Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend nach Hamburg.